Die Mönchengladbacher sind nicht gerade für ihre modischen Wagnisse bekannt. Ein Vorurteil, das vielleicht zum Teil stimmt, aber ganz sicher nicht auf alle Vito-Städter zutrifft. Wäre das nämlich so, hätte sich Heike Meissner sicher nicht dafür entschieden, ihre Boutique gerade in Mönchengladbach zu eröffnen. Aber genau hier hat sie vor etwa sechs Monaten ihr Mode-Outlet Grenzposten 125 eröffnet. Das historische Torwächterhäuschen an den Bötzelenhöfen wurde dafür aufwendig umgestaltet. Zu kaufen gibt es hier nicht nur die unterschiedlichsten Marken und Stile, sondern auch Einrichtungsgegenstände. Denn die Idee hinter dem Konzeptstore ist, dass man hier fast alles, was man sieht, auch kaufen kann. Uns geht es vor allem darum, einfach ein Konzept zu haben, woran man Spaß hat. Das heißt, wichtig ist uns, wenn man reinkommt und sich wohlfühlt. Also man hat Spaß, wenn man reinkommt, man hat Spaß, wenn man mit der Ware arbeitet, wenn man probiert, dass es die richtige Ware ist, zu den richtigen Preisen. Auch da muss Spaß sein. Der Spaß geht weiter mit den Mitarbeitern. Also jeder von uns ist da mit Begeisterung dabei und hat, ich glaube, fast immer das Lächeln im Gesicht. Wie für ein Outlet üblich, gibt es hier Artikel aus älteren Kollektionen zu günstigeren Preisen. Das heißt aber nicht gleichzeitig, dass alles, was hier hängt und liegt, schon aus der Mode ist. Denn die Modewelt dreht sich schnell und im Outlet landen oft schon Kollektionen, die erst vor wenigen Monaten herausgekommen sind. Also wir sind immer unterwegs auf Suche nach ganz besonderen Trends, zu Superpreisen, ganz kurz gesagt. Sie müssen bequem sein, sie müssen absolut angesagt sein und sie müssen natürlich passformsicher sein und vom Preis-Leistungs-Verhältnis auch so, dass das Produkt Spaß macht. Das Grenzposten 125-Publikum ist breit gefächert. Egal ob günstig oder exklusiv, schick oder lässig, knallbunt oder schlicht, finden kann man hier so einiges. Und ganz nach dem Motto For Beautiful Women and Girls gibt es in der Gladbacher Boutique nicht nur Modisches für die Großen, sondern auch für die kleinen Mädels. Jede Frau, die was auf sich hält, die gut aussehen möchte, die mit einem guten Gefühl und gut gestylt draußen laufen möchte, bis hin zu Mädchen und Kindern, das sind unsere Zielgruppen. Das Outlet befindet sich in kreativer Gesellschaft auf den Bötzlenhöfen in der Innenstadt. Zu finden auf der Künkelstraße 125 in Mönchengladbach.